Hey und herzlich willkommen bei einem Clearrun der Miren, den ich jetzt mit Huna mache, weil es für mich als SM lange dauert und weil ich keinen Bock auf einen Clearrun habe und weil es für Huna auch Solo lange dauert und wir allgemein keinen Bock haben. Also man weiß nur, ist halt echt so, alleine ist es unangenehm. Alleine muss man Mops kiten, ja und oh. Weißt du, das ist einfach ultra unnötig. Selbst wenn ich jetzt den Mob hier Solo mache, aber egal, ne? Ich wollte ihn eigentlich abbrechen, na egal. Nur zu zweit geht das halt echt flott, musst du nicht aufladen. Die Premiumsteine nehme ich einfach mal mit, ne? Mach ich daraus Stufe 1er. Ja, ich muss noch PVE. Ich habe PVE komplett an. Ich muss DVE machen. Wollen wir in der Mitte den direkt machen, oder wollen wir erstmal außen welche machen? Dann können wir den in der Mitte erstmal machen. Okay, fang schon mal an. Okay, war gut. Alles cool. Ich habe jetzt Schild. Weißt du, schon bei diesem ersten Mob wäre es unangenehm geworden, wären wir alleine gewesen, ne? Jo. Ach toll, jetzt genau jetzt kriegst du Agro, wo ich mir Vertretung gezogen habe. Explosionsfallen um dich. Oh, ich resist. Loli. Ja, manchmal resistet man die. Ähm. Operation. Warte, das nochmal. Bitte misst es, glaube ich. Ja, bitte. Ich zieh mal den hinab. Der lief gerade so günstig. So, den meinst du. Soll ich jetzt noch einen PAD? Was meinst du den am Tor? Ne, ne, ich meinte die PAD. Hast halb Stundenrollen aktiviert, oder? Jo. Wegen deiner Critrolle. Ja, ich mach das. Beim nächsten Intervall mach ich auch eine Critrolle rein. Den Fighter. Ich warte noch einen Tick. Geht es auch raus. Wie weißt du, unsere Klassen können beide das Solo machen, nur die Elite, nicht die Elite, die Heroes, sind halt echt unangenehm. Die muss man so gut kiten. Ähm, rechter in Rootlink greifen wir an, ja? Mag einfach. Oh, gut. Man merkt, dass wir eine gute Absprache haben. So theoretisch. Mag einfach. Tja. Wieso loote ich trotzdem noch? Oh, dieser blöde Instinkt. Hast du's grad mitbekommen? Ich hab wieder gelootet gehabt. Ich loote auch immer nach, wenn dein Miole schon gelootet hat. Nein, nehm ich einfach diese Premium-Steine mit. Das passt schon. Ähm. Ich hab noch auf Rude Cooldown. Wir können ja mal später schauen. Äh, ich hab vergessen zu resetten davor. Ich glaub's all DPS-Metal resettet. Ja. Was hab ich denn alles so bekommen? Äh, so, weil ich überhaupt gar nicht hatte. Ja, nee, ich wollt gar nicht mal das, sondern was für Items wir so bekommen haben. Resette ich jetzt einfach jetzt. Ähm. Der Medic ist Fernkämpfer, ne? Aber egal. Nicht nicht, den Medic. Äh, doch. Also, den Medic angreifen. Ja, hab ich. Gut, wusste ich ja nicht. Selbst wenn der eine jetzt. Aber ist ja egal, ne? Wollen wir ja noch ein paar Meter nach hinten gehen. Ja. Im Root ist er auf jeden Fall. Ich find dein Frosch immer toll. Oh, wir haben ein Problem. Ich hab meine Wetter vorher nicht geleert. Upsi. Shit. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Äh. Operation war mit hinten. So, wie viel Platz hab ich denn? Hm, so gut wie gar keinen. Warte, die hier kann ich öffnen. Und wegpacken. Ich hole mal einen ganz kurzen Moment. Äh, die müssten da drinnen liegen. Äh, denk dran, T können wir aktivieren, ne? Krass gemacht. Alter, hör auf! Das ist unheimlich. So. Hier wird den Mob fast, äh, damit schon zur Hälfte gebracht haben. Halt, stopp, bap. Ich will nicht, dass wir gleich wieder panisch rausrennen müssen. Wie das letzte Mal, wo ich aus Versehen in den Raum gezogen hab. Das war so Panne von mir. Hey, wieso wollten wir jetzt nicht looten? Ach. Entschuldigung, mein Loot wäre aber fast nicht an. Äh, ja, ich würd sagen, die Ninks, ne? Jetzt? Nee. Ach. Huna, echt? Aber die jemand weiß ja nie. Aber den Guardian gleich, ne? Ich weiß nicht, ob der raus darf. Zieh dich ein bisschen zurück. Wir kriegen auf jeden Fall den zweiten auch noch. Ja, melden. Ja, ist aber nicht so schlimm. Er war außer Range. Oh, resiste, okay. Ha, noob. Er sagt das immer zu mir, wenn ich resiste, mein 4. Ergerst mich da jedes Mal mit. Das war jetzt die Revanche. Der Mob hasst auch dich. Ich hasse deine Note. Das sind 11 Tage. Boah, das nervt. Ziehen wir da die Gruppe? Oder wollen wir, was machen wir jetzt mit dem? Ja, die Medi. Äh, links. Links? Boah, was? Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir dann die anderen Leute ziehen. Ich glaube, wenn wir den Fighter angreifen, dann nicht. Okay, dann die Medi halt. Oh Gott. Ich versuche den anderen in den Root zu setzen. Ist im Root. Äh, ich kann einen Magma Geist besparen. Ich hole ihn mal raus. Die einzige Instanz, wo es sich echt lohnt, auf Ego zu spielen und Magma Geist zu holen. Äh, ja, so viel GK, wie man hier kriegt. Ja. Oh so, das ist echt abwarten. Das einzige was ist, der Magma Geist ist immer so riesig auf dem Bildschirm, das mag ich nicht. Äh, ich hole mal den einzelnen Guardian, ne? Ja. Ne, aber der macht auch so doll Schaden. Alter, der hat erst 10.000, dann 14.000 Schaden gerade gemacht auf dem. Das ist mehr als ich mit egal welchem Skill außer dem Auflade mache. Okay. Und dabei ist er noch nicht mehr vollgewerft, der kann noch mehr. 11.000 und... Was macht der das noch? 15.000. Okay, es lohnt sich. Ist das gerade Feuer gegen Frost oder so? Ne, das ist mein Magma Geist. Und, äh, allein in dieser Instanz ist eh schon, äh, ne Erhöhung. Wollen wir... Wollen wir... Hätte ja sein können, dass das Feuer irgendwie erhöht ist. Ich glaube nicht. Könnte auch sein. Feiter hier. Hä? Ach, der Feiter, okay, der Einzelne. Ich hatte schon welche anderen gemarkt, aber dann ist okay. Dass der aber nicht Akko zieht, wundert mich schon ein bisschen. Warum? Na ja gut, du machst mehr Hits als er, so passt das schon. Ich hab wieder genotet. Ich hab dort eins und zwei markiert. Ich setze zwei in Root und eins greifen wir an. Allein die Autotechs machen tausend Schaden, ey. Ey, das Schweder. Na, wir haben aber nur zwei Dritte der Zeit im Magma Geist, ne? Machen auch klar, dass was kommt. Feuer noch. Na, du... Rotech, Rotech. Ja, ich hätt's gesehen. Okay, ich würd sagen, ich hab wieder gelootet. Diesmal kann ich nicht rooten, dann musst du rooten. Wir greifen immer die 1 zuerst an. Ja, ich hab das gehört, falsch. Ist okay, ich roote, ich mach für langsame die E2. Sollte so passen. Kann stehen bleiben. Meine Winter ist voll. Oh! Bogen des Frostes. Machen wir es wieder abwechselnd, immer? Jo. Okay, dann fang ich wohl an. Aber den werde ich definitiv... ...nicht einfach so verkaufen. Ne? Äh, ähm, Dissen. Achso, Dissen. Ja, verkaufen... ... zur Zeit lohnt es sich noch, das Zeug zu verkaufen, bald nicht mehr. Es droppt. Ja, es fällt halt immer noch weg, also kann es sein, dass es sich noch eine Zeit lang lohnt. Ist das der Healer? Ja. Wir könnten uns auch überlegen, hier für die Instanzen Frostgear zu holen. Ja. Obwohl ja ganz offiziell bei den Mobs nicht Frost dabei steht. No? Ja. Willst du eine Vertretung haben, oder was wird das? Ne, ne. Okay. Ne. Ja, aber ne, dann kriegst du auf jeden Fall die nächste Waffe. Dann machen wir es fair mit Waffe und Dissut. No? Ich mein, wir laufen ja auch zweimal, dann merke ich mir das einfach. Hier, der Einzelne. Oh Gott, der wird nicht einzeln, komm. Oh doch. Oh. Mann, die Radien verwirren mich. Ich schicke da auf gar keinen Fall bei meinen Magma-Geist hin. Ich glaube, ich könnte hier nahezu alles mit dem Magma-Geist machen lassen, die Fallen sind um dich. Ich hab wieder mein Open Hero ausgemacht. Gott, ich hasse das. Diese blöden AP-Items, die einen ständig, das Inventar zu spammen, ne? Boah, das nervt so doll. Ach, ich hasse es. Ja, es ist halt echt nur wegen den AP-Items okay und weil ich sonst so viel Schrott im Inventar habe. Aber großteils wegen den AP-Items. Das sind zwölf... Die sind alle bei mir in der Kommode drin. Ja, ne, ich hab die im Inventar, meine Kommoden sind auch voll. Hab ich um 50%... Wenn du nicht Kommoden hast denn, du? Ich hab doch nur drei. Loll, bitte. Ähm... Ich ruote, ja. Okay. Also, gut. Ja gut, wir machen schon eine akzeptable AP, muss ich ja sagen. Das Einzige, was ist, ist, bei mir kann man nicht mehr sehen, was für Items ich tatsächlich bekommen habe, weil ich sie ja ständig weghandel. Jetzt machen wir so 7 Millionen pro Minute. Ja, geht besser, ne? Äh, geht auch schlechter. Ähm, ich wert die dort vier an alle, ja. Okay, wen wollen wir zuerst mal? Die Medi? Okay, die Neger. Gut, ich schick erst mal meinen Geist rein. Och, komm schon! Scheiß Mobs, ey. Verkacke. Mann, ich hasse das, wenn die alle so... Ne, 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 der hat aber gecastet, wir gehen erst mal auf den. Ne, aber ich glaub... Insofern nicht so einmaliges Zeug wie, ähm... Verzauberungssteine ständig weghandel, sollte es gehen. Ah, was ist denn ein Test gerade? Irgendwer hat mich angest... Hab's angeschämt, bitte Movenhof. So. Dass man aber auch ständig irgendeinen Scheiß kriegen muss. Also ist ja ganz toll, aber... Ach. Naja, auch wenn du keinen Platz hast. Erinnere mich bitte daran, wenn wir gleich... Bevor wir Kyseis reingehen, dass ich dann nochmal aussehre. Aber wir brauchen gar nicht so lange Fungtyrban, ne? Wollt nicht. Wollen wir halt nichts kiten müssen, großartig. Okay, ich hab jetzt mal absichtlich beide gezogen. Ey, Katze! Vorsicht, Huda! Ja, Katze wollte gerade... Gerade auslaufen. Wollte dich angreifen. Hey, ich krieg wieder Seren! Wuhu! Okay, direkt benutzen. Regeneration! Weißt du, wie mein Maggeist einfach so gesagt hat... Nee, du brauchst nicht weiter aufladen. Hat Autotech gemacht, ne? Äh, hier der einzelne Fighter? Ja. Das ist unheimlich bei mir beide gleichzeitig auch dann. Ach, 13, wenn er noch nicht Akko ist. Ja, ich weiß, aber es war trotzdem ein bisschen... Es hört sich lustig an. Okay, das, ähm... Ist erstmal deins und wenn später eine Waffe kommt, ist das auch deine Waffe, ja? Machen wir es so. Äh, links der einzelne Medic. Der da. Da haben wir mir auch kurz zugedacht. Wir haben halt einfach den Raum analysiert, das ist total normal. Das ist nichts nach dem Motto, wir spielen jetzt schon fast drei Jahre lang zusammen. Drei Jahre? Äh, zweieinhalb. Ich hab auch ne Pause gemacht. Wir haben jetzt nach der Pause angefangen, miteinander zu spielen. Das hört sich eigenartig an. Ähm. So, ich stets die zwei im Root und die eins greifen wir an. Hoffentlich finden wir relativ schnell für den Boss wen. Das ist eigentlich ne relativ gute Zeit. Wollen wir dann, wenn wir im letzten Raum sind, schon mal anfangen zu schaden? Erste Ahida? Also High Priest? Neben Schaden. Z hat gerade nachgefragt, um wie viel nicht... Also, stimmt, ich hab's eigentlich falsch oder eigenartig eingetragen. Ich hätte irgendwie anmerken sollen, dass es nur der eine Tag ist, an dem ich umziehe. Achso. Ja, sonst schreibt man doch von Biss, oder? Ja, eigentlich schon. Aber es hätte ja auch... Weißt du, es hätte ja auch sein können, dass ich einfach das Biss vergessen hab. Okay, mhm. Ist ja okay, dass er nachfragt. Obwohl ich mich dann auf Ja eingetragen hätte. Ich glaub, ich bin sogar für heute auf Ja eingetragen, aber... Okay. Fragen kann ja nie schaden. Okay, mal gucken, ob ich mich überhaupt... Ach, schau ich später nach, ob ich auf Ja eingetragen bin. Ähm... Zum Glück mach ich nicht so schnell Auto-Attacks wie du. Warum? Ja, weil ich die zwei eine Zeit lang noch im Target hatte. Weil das immer sehr gefährlich ist, wenn man im Bade ist. Hast du Buch oder Kugelgrit an? Äh, Buch. Ah, okay, da ist gefährlich. Ja. Die Kugel ja nicht. Ja, da müsste ich erstmal ran drauf müssen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also mit der Kugel. Bis da Auto-Attacks einfach mal so passieren. Selbst wenn die Auto-Attacks schneller rausgehen. Aber... Nein. Äh, diesmal kann ich nicht fluten. Soll ich von der Kugel... Okay. Es ist halt echt so einfach zu zweit. Oh ja. Wobei ich mit noch mehr Leuten es nicht machen würde. Dann bringt das auch nichts mehr. Und ich würde auch an der Stelle... An der Stelle von den Leuten, die nur den Endboss haben wollen, auch nicht in Gruppen reingehen, die das davor machen. Es gibt so viele Gruppen über den ganzen Tag hinweg, die Klia anbieten. Ja. Würde ich einfach reingehen. Nicht so ein Schwachsinn mit... ...erst nochmal alles machen und... ...ja. Guck mal jetzt nach, äh... ... vor Boss. Ja, wenn ich keine Lust habe auf Klia, ja dann auch. Wofür sollte ich denn das andere machen? Der ist im Blut, der andere. Kannst einfach weggehen von dem. Außer, das hat ihn jetzt irgendwie aus dem Root befreit. Ja, ne. Ja, weil ich die, ähm... ...grünen Root-Teile nicht um ihn rumsehe. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Die Destroyer machen ein bisschen mehr Damage, ne? Mhm. Kriegen auch ein bisschen mehr XP. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, aber ne Million mehr, das ist ja fast gar nichts. Sind die etwa höheres Level oder mehr Sterne? Ich glaube mehr Sterne. Das ist jetzt ein Five Star, können wir gleich gucken. Ich glaube, die sind alle Level 75. Ich glaube, der andere ist ein 3 Sterne. Der jetzt auf uns zukommt. Den ich dann auch bald adden werde. Uh, Junge. Ja, du, der ist blutlustig. Okay, ich add ihn. Der Magma-Geist ist schon ein tolles Spielzeug, ne? Jetzt müssen wir aber erstmal wieder klieren. Ähm. Hm. Wir können uns den Healer rausziehen. High Priest. Das ist unheimlich, gut, ne? Das ist echt unheimlich. Warum? Das ist... Ja, man hätte auch links und rechts erstmal die Zweiergruppen machen können. Ich glaube, wir können jetzt... Na, der, der... Der Fighter ist echt nah dran. Jetzt können wir. Ich ziehe ihn bis zu uns. Naja, aber sorgt mal... Er resetet der... Na, die Moms resetten ja nie hier. Ich muss mir irgendwann die Pet-Skills auch noch irgendwie auf eine Tastatur legen, aber irgendwie... Ich habe halt gar keinen Platz auf der ganzen Tastatur. Müsste ich mir an die... Maus... Magma-Tasten reinmachen, dann würde das, glaube ich, gehen. Ich muss mich an die Tastatur machen. 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 Kann ich dir nicht sagen, sorry. Aber für den Tritt ist halt geiler... ...WMR... ...Pisten zu öffnen. So, wollen wir weiter? Naja, bin schon... So, ich war noch beim Sachen klicken. Machen wir auch direkt den Recruit in einem, Werder? Jep. Ich weiß nicht, man macht mal Geist so HALT! STOP! Hier müssen Leute uncast. Die Mobgruppe da oben wird aber nachher unangenehm. Destroyer und Seeker. Ich glaub, dann machen wir als erstes diesen Asser-Typen. Äh, zwei Mages nebeneinander, machen wir erstmal was anderes. Mach mal da erstmal die hier. Die hier? Ja, okay. Ich freu mich darauf, wenn wir essen, ne, ich hab's Hunger. He, ich will was essen. Ach, ich hab halt 24-7 Hunger. Ne, nicht ganz. Wenn ich schlafe, hab ich keinen Hunger. Glaube ich. Kann man, wenn man schläft, Hunger haben? Kann im Schlafen der Magen knochen? Eigentlich nicht. Also ja... Ja, weil der Biorhythmus runterfährt, aber... Kann er trotzdem knochen? Ich glaub, das muss ich nachher mal gucken. Ich glaub, wenn die Magenwände irgendwie an Lande reiben oder so was. Wart's da, oder? Ey, ich hab keine Ahnung. Ich muss das nachher mal... Ich werd das rausfinden. Ich find den Gedanken lustig. Ähm... Ubala, aus Versehen am Mikro gespielt. Äh, wenn du soweit bist, bin ich soweit. Ich kann ihn noch nicht... So blöd, dass die Mobs hier eine Flugzeit abziehen. Obwohl man an dieser Stanz gar nicht fliegen kann. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, einfach die Mobs, die für draußen programmiert wurden, wurden auch einfach hier reingepackt. Ja. Dumm. Ich hoffe völlig... Du droppst auch nachher noch irgendwas Waffentechnisches. Wir haben verhältnismäßig wenig getroppt, ne? Ah, das letzte Mal, wo wir hier drin waren, haben wir viel mehr. Ja. Ja. Wo hier drinnen war auch. Wir haben ja richtig viel getroppt. Ich hab erstmal ein bisschen... Ich glaub, ich setzte halt viel zu wenig Loot-Buff ein, ne? Ist ja zusätzlich, ich könnt mir ja besser benutzen. Da hatte ich den, ähm, ähm... Wann hat man eine Tote? Ja, das auch noch. 20%. Aber das kann doch nicht so viel ausmachen, die 20%? Weiß ich nicht. Ähm... Wir müssen zu denen, glaub ich, ran darf und die Pinguinen. Ich weiß nicht, wie gut das gar nicht klappt. Ne, sonst, ich vier die, ist gut. Das ist ein weiterer Vorteil des SMs, ne? Ich frag mich, ob beim 75er Zeug auch... Alter Runer. Hm? Ist jetzt eine Vertretung, aber wow! Ob beim 75er aus der einen Kiste, ob dort auch, ähm... Dings trumpen kann. Was? Ach Gott, ich komm nicht drauf. AP-Gear. Es ist ja High-Deva-Gear, was da rauskommt. Es ist bei mir zum Beispiel schon mal Runen gekommen, was auch sehr, sehr gut ist. Ich weiß nicht, ob dort High-Deva-Gear rauskommen kann. Warte mal, ich schau mal kurz... Ich glaube, ich werd die Database nachher befragen. Die weiß das ja nämlich. Weißt du? Contains Mythical Armor. Da steht nicht, dass es nicht das HD-Waz... äh, das AP-Zeug sein kann. No. Bist soweit? No, no. Hat er mich resistet? Ach, ich glaub nicht. Ach, nicht so. Du bist nur ein einziges Level über mir. Wieso, an EP hat's jetzt nicht besonders viel gebracht. Wir sind bei 183... ...Millionen. 187 Millionen. Ja. Also... Abyss bringt in der Zeit mehr. Aber Abyss bringt doch einfach unnormal viel... Ja. Ja, aber die kannst du auch nur einmal machen, die... ...Festung kannst du ja... ...zeug machen. Wenn man denn die Festung kriegt. Ja. Aber die kriegen ja... ...die Miren kriegen ja... ...meistens. Ja. So, ne? Destroyer? Okay. Destroyer ist zweites, ja. Okay. Sekunde noch. Ich musste grad den kleinen Bruder des Magma-Geistes ruhen. Der ist halt um vieles schwächer, aber passt schon. Ja. Sehr hässlich. Ja. So viel schwer ja auch nicht. Ordentlich Hälzer, der setzt ja trotzdem. Nur der Magma-Geist. Ja, der Feuer-Geist gefällt mir besser auf dich. Beim Feuer-Geist mir auch. Beim Wind-Geist muss ich sagen, auch beim Wasser-Geist. Ja, der Wasser-Geist ist ja so hässlich davor. Ähm. Also teilweise. Je nachdem welche Stufe. Du hast jetzt ein Schild drauf. Kannst dranbleiben. Patch-Shild. Also ich hab das extra noch drinnen gelassen. Ähm. Ich würd' sagen, der High-Priest, ne? Ja. Theoretisch kann ich ihn schon ziehen. Ich kann ihn auch praktisch ziehen. Ich hab ihn auch praktisch gezogen. Das Schöne ist, ich behalte nie auf Dauer die Akro. Weil du durch deinen Kogihide ständig die Akro kriegst. Und auch weil du als Bader irgendwie mehr Schaden machst, was ich immer sehr frustrierend finde. Aber auf Langzeit mach ich mehr Schaden, von daher. Haha. Äh. Doch, das stimmt. Zumindest bei uns beiden ist es so, dass ich auf Langzeit, weißt du, wo keine Unterbrechungen, kein gar nichts sind, mach ich mehr Schaden. Ich mach Lootwaffe drauf. Haben wir eigentlich alle Mops mitgenommen? Weißt du, war das eine ja gar nicht eingedootet. Ja, wir hatten nichts siegen lassen. Wird doch echt scheiße. Na? Wenn jetzt hinten so ein... Mit drei Rüstungsteilen und einer Waffe in sich drin liegt. Und ich schon wieder ein Destroyer. Oh, ich mag die nicht. Kannst du eigentlich verlangsamen? Ja. Dieser komische Skill, der diesen... Knopf in sich hat, ne? Diesen... Gelb-Brauner? Aber ich weiß auf jeden Fall welcher. Ja. Lauterknall heißt es im Deutschen... Longblang... Kannst du gleich mal drauf machen, damit ich genau weiß, ob du... Ob ich... Ja, der hat gerade noch zu dir. Achso. Ja demnächst. Ich habe ja jetzt hier... Ich ziehe gerade noch... Beide gleichzeitig den Slone wollen. Okay. Hier, der da? Oh, wie viel Codon hast du auf dem? Ja, genau der! Genau der! Okay, dann hatte ich das richtig. Da ist noch was drinne. Ach, Premium Mana Stein. Alles cool. Diese, ähm... Tide halt. Aber ich finde, eine halbe Stunde für den Run ist eigentlich voll okay. Äh, hielst du dann nachher den Boss, oder wie wollen wir es jetzt machen? Also wir brauchen ja nicht zwangsläufig einen Hieder. Doch, doch, doch. Okay, okay. Der hat aber auch was drin. Ach, okay. Dann ist meine Agility. Ach ne, ich craft die ja eh nur irgendwo. Alles cool. Das weißt du ja, ne? Das ist ja auch ganz locker. Locker flockig. Ähm... Das ist blöd. Ich setze da gleich ein Mast 4 rein. Okay. Erst adden, dann Mast 4. Ich weiß nicht, ob ich beide treffe. Ach, ernsthaft! Weil du resist? Ne, einer resist, der andere war außer Range. Jetzt... Der Akrolyt hat wieder resistet! Ich gab den Akrolyt. Hast du jetzt ne Vertretung? Mir rollt der Mob weg! Mir rollt der Mob weg! Hey! Vertretung! Wird's wohl funktionieren! Danke sehr! Frechheit! Wann machen wir dann nen anderen Run? Der Kysis? Wann isst du? Weiß ich nicht. Weiß die Frage, ob wir nachher die Kysis wieder kriegen. Ich denk mal nicht. Er ist praktisch, den Ball zu laufen. Ja. Wir können ja theoretisch anfangen. Und zur Not... Lauf mal nach hinten, lauf mal nach! Ich hab schon. Habe ihn schon. Hey! Jetzt hast du den. Nee, aber dann können wir ja schon mal anfangen. Und zur Not, falls ich halt essen muss, dann... Entweder du machst alleine weiter... ...ne, dass ich auch keine EP kriege, oder... ...wie auch immer. Also ich weiß, ich hab Hunger. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir bald essen. Ja! Zur Not mach ich mir nämlich was zu essen. Und gib'n Fuck darauf, wer sonst noch essen möchte. Okay. Ja... Einfach alleine essen? Ja, ist gut. Hab' ich gestern schon gemacht. Kommt nicht so gut. Können sie nicht so haben. Ja, das denk ich mir auch jedes Mal. Ich meine, ich bin ja eh nur noch jetzt... ...n paar Tage und wie viel weg. Damals waren meine Eltern nun ständig gemacht. Ja. Hast ja auch Glück. Bist ja auch kein Mädchen, oder doch? Ich war nicht begeistert anfangs, aber irgendwann haben sie's halt akzeptiert. Soll ich schon mal anfangen zu schauen, ja, ne? Warte, ich bin mal beim Tücken. Wir sind Miren, ne? Ja. Miren, nur, Boss... ...Hill... ...Joss... ...DDS. Ich mach' wenn... ...wenn sich gleich 66er oder so bewerben, lehne ich dann natürlich ab. Hab' da keine Lust drauf, die Lois durchzuziehen. Die machen keinen Schaden auf den Boss und damit ist es für mich durch. Ich weiß nicht, wieso ich hier Mutter Teresa spielen soll für die. Ja, sorry! Aber Leute, die ich kenne, da würde ich's noch einsehen. Siehste? 71er Gladi. Voll okay. Kenn' ich sogar. Kann man gerne mitnehmen. Aber... Jetzt... Du kannst ja ab 61 in die Instanz rein. 61? Ja, die wurden nicht angehoben. Der Entry. Neu. Okay. Deswegen... Ich seh' nicht, einen hier irgendeinen 60er durchzuschleifen. Äh... Mein Inventar ist voll. Hau die bei der Uhr platt. Das ist meins! Meins. So wie du und Klau. Ich kann auch nicht dafür, dass ich Instant loote. Weißt du, wie schwer das ist zu unterdrücken, da hinzulaufen und zu looten? Okay, letzter Mob dann mal. Okay, letzter Mob dann mal. Wollt schon sagen. War kurz wegen der Folkretung oder so. Ja. Ist halt ein Schild und Schild ziehen, zieht Agro. Genauso wenn ich das übers Pad heine. Das ist einfach Alzen. Ist jetzt mal Loot Buff drauf. Meins ist bringt was. Es sind offiziell 20% und 20% von 10% sind noch insgesamt dann 12%. Das hat auch nichts gebracht. Ist aber egal. Ei, episch, äh, mystisch tight. Ja, das ist gar nichts. Hat er 8 mit dem Porten Bar? Ja. Sorgt er noch. Gut. Ich wünsch euch viel. 20% kann doch nicht so viel ausmachen. Ge-ge-ge-ge-ge! Du machst das hier sogar, wenn du mich hören kannst! Stell dich, wenn ich hier die Abmoderation mache! Redest du mir rein, wenn ich gemutet bin! Immer! Jedes Mal ist so! Jedes Mal! So, auf jeden Fall, bitte viel erfahren... Oh Gott, jetzt bin ich... Jetzt kann ich nicht mehr. Viel Erfolg beim eigenen Kill Run! Viel Spaß noch und tschüss!